Hey, ich lese gerade das Buch The Music Lesson von Victor Wooten und ich habe gerade angefangen mit auf Seite 13, aber da ist mir eine Lektion sehr ins Auge gesprungen und zwar You should never lose the groove in order to find a note. Also man sollte nie den Groove verlieren, um eine Note zu finden. Und das hat für mich so viel Sinn ergeben, es scheint mir so bedeutend, so wichtig zu sein, so wahr zu sein, es einfach mal mit euch teilen will, was so ein guter Tipp ist fürs Üben, fürs Spielen. Auch ich habe das jahrelang falsch gemacht, dass ich immer den anderen Sachen Priorität gegeben habe und mein Rhythmus war früher nicht gut. Ich habe in den letzten Jahren extrem daran gearbeitet und das glaube ich ziemlich gut hinbekommen. Es ist natürlich noch Raum nach oben hin und ich arbeite wirklich ganz viel gerade an den Geschichten. Ja, deshalb will ich das einfach mal mit euch teilen. Und meiner Meinung nach sind auch wirklich, das ist eine Sache, die die sehr guten Musiker ausmacht, ist wirklich das Rhythmusgefühl. Selbst wenn sie jetzt nicht auf dem Raster wären oder wenn sie da eher laid back oder in front sind oder schwimmen. Die richtig guten Leute haben trotzdem ein Gefühl für den Puls und können das dann einsetzen. Ja, bin gespannt, was Viktor dann darüber schreibt. Ich habe, wie gesagt, erst diese Überschrift gelesen. Aber ich wollte es gleich mal mit euch teilen. Okay, macht's gut! Und dann wieder geht es wieder nur Abstand. لكن dann können wir es da gut sie haben auch richtig funktioniert. Aber wogan und puppies Sie mal mit euch. Und dann, wenn die 획ände muss ausd� OrderMike kommt sehr, herheit gekuggegasth attempte und musste sich nicht so sehr core undprints. Vielen Dank.